Hallo liebe Kinder, wir sehen weiter unsere sechste Lektion. Unsere Lektion heißt, was holen wir beim Frühstück? Frühstück bedeutet Breakfast. Prima, sehr gut. Was haben wir gelernt? Der Teller, der Lüfel. Der Teller, der Lüfel. Sehr gut. Das Glas, das Messer. Das Glas, das Messer. Sehr gut, prima. Heute lernen wir die. Die Gabel, die Gabel, die Gabel. Prima. Die Kanne, die Kanne, die Kanne. Prima, erste Klasse. Die Tasse, die Tasse, die Tasse. Nochmal. Die Gabel, die Kanne, die Tasse. Die Gabel, die Kanne, die Tasse. Die Gabel, die Kanne, die Tasse. Sehr gut. Und jetzt ist bitte öffnen. Die Bücher, die Bucher, die Bucher, die Tasse. Die Bucher, die Bücher, die Bücher, die Bücher, die Bücher. Sechs und Drei. Prima. Ebung Nummer 1. Rechtig oder falsch? Rechtig oder falsch? Nummer 1. Die Kanne. Die Kanne. Rechtig oder falsch? Prima. Rechtig. Nummer 2. Die Tasse. Die Tasse. Das ist Tasse? Nein. Das ist die Gabel. Nummer 3. Der Löffel. Der Löffel. Nein. Falsch. Das ist das Messer. Sehr gut. Der Teller. Das Teller. Prima. Richtig. Das Glas. Das ist ein Glas. Ja. Richtig. Die Gabel. Die Gabel. Nein. Falsch. Das ist die Tasse. The Last One. Das Messer. Das Messer. Ja. Prima. Sehr gut. Erste Klasse. Weiter. Okay. Seite. Siebenunddreißig. Seite siebenunddreißig. Was ist das? Wähler aus. Okay. Was ist das? Nummer 1. Das ist die Körner oder das Messer? Prima. Das Messer. Sehr gut. Nummer 2. Was ist das? Die Tasse oder die Gabel? Prima. Die Tasse. Nummer 3. Nummer 3. Der Löffel oder der Teller? Hm. Prima. Der Teller. Bravo. Nummer 4. Der Teller oder die Gabel? Prima. Die Gabel. Nummer 5. Das Glas oder die Körner? Die Körner. Prima. Nummer 6. Die Gabel oder der Löffel? Prima. Der Löffel. Sehr gut. Last one. Das Messer oder das Glas? Prima. Sehr gut. Das Glas. Okay. Weiter. Nächste Seite. Seite 38. Hören. Bitte hör zu und wähle aus. Nummer 1. Die Körner. Die Körner. Die Körner. Das ist Körner. Sehr gut. Nummer 2. Die Gabel. Die Gabel. Die Gabel. Prima. Das ist Gabel. Sehr gut. Nummer 3. Der Löffel. Der Löffel. Der Löffel. Sehr gut. Das ist Löffel. Nummer 4. Der Teller. Der Teller. Der Teller. Prima. Das ist der Teller. Sehr gut. Nummer 5. Das Glas. Das Glas. Das Glas. Prima. Das ist der Glas. Sehr gut. Ist der Klasse. Die Nächste. Okay. Der Löffel. Der Löffel. Der Löffel. Prima. Das Löffel. Sehr gut. Das Messer. Das Messer. Das Messer. Prima. Sehr gut. Das ist alles für heute. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.